Musik Tropische Depression über Guantanamo Bay. Als wolle sich das berühmteste Gefangenenlager der Welt reinwaschen, von der Kritik und dem schlechten Image. Deshalb schleusen die Soldaten uns Journalisten durch die Anlage. Sie wollen uns das wahre Guantanamo zeigen, doch ich bin skeptisch. Diese Touren finden praktisch jede Woche statt, zwei Tage, vollgepackt mit Terminen. Allerdings gibt es vor allem für Fernsehjournalisten viele Restriktionen, man darf nicht alles filmen, viele Soldaten wollen nicht gefilmt werden, man darf keine Häftlinge so filmen, dass sie erkannt werden, also es wird schwierig für uns die Arbeit hier. Wir hoffen, dass wir trotzdem einen Einblick bekommen, wie dieses Leben hier in dem Gefangenenlager Guantanamo Bay abläuft. Die Häftlinge selbst können wir nur unscharf filmen oder unterhalb des Kopfes, denn jedes Bild, auf dem ein Gesicht zu erkennen ist, wird am Abend gelöscht. Die Häftlinge selbst können uns nicht sehen, wir schauen durch Spiegelglas. Ich möchte wissen, wie sich die Menschen fühlen, die nie von der Seite der Häftlinge weichen. Die Wächter, aber auch die meisten von ihnen, dürfen wir nicht filmen. Unsere Gruppe fährt zum Verwaltungsteil des Lagers. Dort hält sich eine Wächterin bereit. Sie ist Teil des Tourprogramms und wird reden, solange ich ihren Namen nicht nenne. Immer mit dabei, einer unserer ständigen Begleiter in Uniform. Ich fühle mich nicht besonders, es ist nur, sie sind Menschen. Jeder macht was, aber sie verhalten sich wie normale Leute, nicht wie Monster oder so. Eine Aufgabe wie jede andere also? So scheinen die Soldaten ihren Einsatz hier zu verstehen. Und das ist ansteckend. Ich muss mir immer wieder klar machen, Guantanamo Bay ist ein Ort ohne normales Recht und Gesetz. Ein Ort, den die aktuelle US-Regierung eigentlich schon im September schließen wollte. Zu Besuch bei Brigadegeneral Timothy Lake, stellvertretender Kommandeur der Einrichtung. Hat er Pläne zur Auflösung des Lagers? Wir haben die Pläne, um Guantanamo zu schließen, wenn wir den Befehl dafür erhalten. Wir sind vorbereitet, sie so schnell wie möglich umzusetzen. Präsident Obama persönlich kündigte die Schließung an, aber ein Befehl kam hier nie an. Und so wird weiterhin ein riesiger Aufwand betrieben, um 174 Häftlinge zu bewachen. Kostenpunkt 150 Millionen Dollar im Jahr. Doppelt so viel wie für ein vergleichbares Gefängnis. Und so wird es in den USA. Freitags bekommen sie Pepsi, zu ihrem Festmahl. Nächster Punkt der Journalistentour, die Küche. Der Koch möchte nicht gefilmt werden, aber sein Auftritt ist routiniert. Ich frage ihn, ob das Essen vergleichbar ist mit dem in US-Gefängnissen. Was ich von Gefängnisessen in den USA weiß, ist das hier viel besser. Viel besser. Ein goldener Käfig in den Tropen also? Auch im Krankenhaus ist die Ausstattung auf dem neuesten Stand und die personelle Besetzung ist üppig. Über 100 Soldaten arbeiten für die medizinische Einheit. Beim Thema Zwangsernährung dann aber wieder harte Guantanamo-Realität. Der Nasenschlauch, entweder mit Honig oder Olivenöl als Schmiermittel. Etwa zwölf Häftlinge sollen gerade im Hungerstreik sein. Sie werden so ernährt. Mein Begleiter zeigt mir Camp X-Ray, das provisorische Lager von 2002, jetzt verlassen. Ich erinnere mich an Bilder von Häftlingen in orangenen Anzügen und Fußfesseln. Ich glaube, das waren die Verhörräume. Das Rote Kreuz bezeichnete die Verhörmethoden damals als Folter. Gefängniskommandeur Thomas dazu, Folter bei Verhören? Gibt's nicht. Wir nennen das Interviews. Sie sind freiwillig. Wenn ein Häftling das nicht möchte, muss er nicht. Sie machen die Anfrage. Dinge, die sie nicht von den Wächtern bekommen, kriegen sie vielleicht von den Befragern. Es könnte zum Beispiel ein Essen bei McDonald's sein. Vermeidliche Kämpfer gegen den kapitalistischen Westen lassen sich verhören für eine Mahlzeit bei McDonald's. Das muss ich erstmal verdauen. Guantanamo Bay ist mehr als das relativ neue Gefangenenlager. Den Marinestützpunkt gibt es seit über 100 Jahren. Eine richtige Kleinstadt mit rund 7000 Einwohnern. Vom Spielplatz am Rande dieser Kleinstadt sehen wir schon die Berge Kubas. Des Kubas der Kubaner. Genau betrachtet ist Guantanamo Bay nämlich auch Kuba. Die Amerikaner bezahlen Miete monatlich rund 4000 Dollar für 120 Quadratkilometer. Erzählungen zufolge stapeln sich die Mietchecks der Amerikaner bei Fidel Castro im Büro. Rund 800 Kilometer in dieser Richtung. Uneingelöst aus Protest gegen die amerikanische Präsenz. Weiter im Programm. Bei der Journalistentour gibt es keine Verschnaufpausen. Zurück ins Lager vom Anfang, wo die gefügigen Häftlinge seit rund einem Jahr in einer Gemeinschaft zusammenleben dürfen. Sie können auch an Kursen teilnehmen, zum Beispiel Kunst. Seit es dieses Angebot gibt, sei die Selbstmordrate stark gesunken, sagt mir ein Soldat. Auch Häftlingsaufstände habe es seit Monaten nicht mehr gegeben. Kunst statt Kampf. Die Ergebnisse dürfen wir dann in der Bibliothek besichtigen, allerdings erst nachdem sie freigegeben wurden, wegen möglicher Geheimbotschaften. Tausende Bücher auf Arabisch und Russisch gibt es auch hier, sogar Harry Potter. Genauso wie Tageszeitungen, allerdings mit Einschränkungen. Die Bibliothekarin erklärt die schwarzen Flecken. Das ist, weil die Häftlinge das so wollen. Sie wollen keine Frauengesichter sehen. Aber nicht jeder darf in der Gemeinschaft leben. Wir besuchen Camp 5. Wer gegen Gefängnisregeln verstößt, sitzt hier. Verstöße können sein, Gewalt, Missachtung von Anweisungen oder das Bewerfen von Wächtern mit Körperausscheidungen. Die Folge Einzelhaft und die berühmte orangene Uniform. Auch der Innenhof ist eng. Maximal vier Stunden pro Tag dürfen Einzelhäftlinge hierher. In Camp 5 gibt es nicht so viele Freiheiten wie in den Gemeinschaftscamps. Das ist der Grund, so sagt man mir, dass sich nur noch wenige gegen die Gefängnisregeln auflehnen. Schichtwechsel. Die Journalistentour durch das Lager ist vorbei. War das das wahre Gesicht Guantanamos? Wir haben heute unheimlich viel gesehen. Das Programm für Journalisten ist sehr voll. Klar ist aber auch, man sieht nicht alles. Das heißt, man sieht nicht die Befragung, man sieht nicht die Tribunale. Es ist also gut, einen Eindruck zu gewinnen. Die ganze Wahrheit über das Camp hier erfährt man auf so einer Tour allerdings nicht. Ich war nur zwei Tage hier, aber ich bin froh, diesen Ort wieder zu verlassen. Die Haftbedingungen in Guantanamo Bay mögen sich verbessert haben. Das schlechte Image bleibt. Das Austausch. Das ist auch ein Eindruck. Das ist auch ein Eindruck. Die Haftbedingungen in Guantanamo Bay. Das ist auch ein Eindruck. Das ist uns für wahrscheinlich, wenn ich glaube, die Einwärtsgeists, die der Seite des Haftbedingungen in der Nachwärtsgeistung. Vielen Dank.